Wir sind jetzt hier in Neu-Halbstadt, Duchaco in Paraguay, ein kleines Rotort, Ausfahrtstreffen, das Hartmut hier vorne steht mit seiner R69S hier, organisierte Hartmut, die eine kenne ich nicht so, ich kenne nur den Jimmy, meine Kawa da, ein paar Südafikaner, die 20 Jahre in Australien gelebt haben, mit 3 Zylinder Triumph, 2,3 Liter Rufraum. Das ist jetzt die R69S von 64, meine BMW, Masaki, meine, die Jungs 1200 Adventure BMW, die L-Storm, ich glaube eine 65, wenn man es nicht hat, dann Jimmy, seine R80 GS, kommen ein paar Leute zusammen, von der 2000-Seelen-Gemeinde hier, auf dem Sondernachmittag. Das ist von Neuland, von der Kolonie Cooperative, das Stadthaus quasi, wo auch der deutsche Konsulat drin ist. Das ist der Jimmy, von meiner Kawa da geht. Ja, wie sieht das aus?